Tja, willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Ja, ich habe meinen Namen vergessen, ich glaube, es ist ein Kanäler. Ja, guckt unbedingt bei Erikos anderen Kanälen vorbei. In der letzten Folge mit J.W. Augustiner Bräumünchen Edelstoff. Und jetzt das Holzer Bier nach Urfederat aus dem Allgäu. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, hört sich sehr gut an. Ach so, was muss man dazu sagen? Durchspreu, ja? Was? Durchspreu? Hä? Ja. Ja. Durchspreu. Holzer Bier, ja. Ja. Prognose. Ist das ein Hellet oder was? Das ist ein Urfederbier. Export hier. Ich sag Silber. Bronze. Privatbrauerei. Riss. Auspacken oder wegpacken? Wir haben hier kleinen Holzfelder. Der holzt hier so sein Holz weg. Und dann fällt er seinen Baum. Und dann haben wir hier eine Flasche mit einem schönen Verschluss, den ich sehr mag. das Ding hat 5,2 Prozent und kommt aus dem Allgäu. Zutaten Wasser gestern mal zocken. 4 Punkte? Was? 4 Punkte? Naja. 3 Punkte. 2. Naja, das hat fast den Verschluss und aber das hat keine Kennzeichnung so direkt. Also pass mal auf, das ist urig. Mhm. Und das fühlst du ja immer so toll. Mhm. Das hat den Verschluss. Ja. Und hier oben auch nur im Leben. Gut, wenn 3 Punkte überredet. Augensucht oder Augensucht? Tja, das werden wir sehen. Küppelnd. Ich krieg brauchst die Flasche. Okay. Küppelnd. Küppelnd. Das musst du an den Kühlschrank legen. Nee, wieso? Erstmal mach ich den. So. Glück, Glück, Glück. Das ist schon gut, Alter. Was ist denn das? Was ist denn das? Du musst da abgerufen, Alter. Ja. Ja. Öfter 24. Das ist ein dunkles Bier. Warum denn das denn? Ich kann es dir nicht sagen. Das hätte ich niemals selber gesagt. Tja. Du warst halt geblendet. Das steht auch hier noch, ne? Holzer Bier Export. Das war bezeichnete Tolzer Bier. Das ist ein dunkles 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 Bier. Einsteigen Farben. Klar. Ja. Das sieht schon nicht aus. Ja. Du kannst das schon nicht meckern. Heldpunkte? Ja. Auf jeden Fall. Golden Eagle oder Golden Eagle. Ja. Schauen wir mal. Hochdea Joch. Malzig. Ja. Ja. Sehr malzig. Uiuiuiui. Das sieht aus. Schöne Ruße an einer Holzfäller. Petzen Holzfäller. Mh. Ja. Dafür ist es aber recht mild. Jetzt vielleicht ein zwölgerlicher. Ist nicht süß. Boah ey mein. Malzig kommt definitiv gleich noch von rein. Wird dann recht schnell auf. Dann gehts runter. Boah. Ich kann nie gedacht. Nein. Ich hab schon eine Zahl im Kopf. Wien. Wien. Wien kommt wieder. Mhm. Special Points. Der Verschluss halt. Ich verarschen wir uns doch. Holzer Bier Export. Ja. Das ist ein reinges Spezialpunkt. Das ist ein entspanntes Bier. Für. Naja. Was soll ich sagen. Was hat diese Malzigel. Du hast so die Säure dann hinten rum. Ist nicht süßlich. Kohlensäure hat es mit drin. Wer drauf geht. Das ist doch mit Bedienung mit. Ansonsten. Typische Schwarzbier. So. X-Men. Rotbier Schwarzbier. Naja. Naja. Das ist so. So eine Mischung da. Zwischen Pilze und Schwarzbier. Welche Drehensgeburte. Bis wir jedem Zutaten Wasser. Gärst. Malz. Und Topf. Ja. So. So. Dann müssen wir auf den Uwe warten. Was sonst was zu sagen. Ja. Da sind mal ein paar Witzereisen hier. Ich hab's für euch die schlechte rausgefunden. Ja. Pass auf. Erstmal. Die Bierqualität. Die Qualität vom Bier testet man am besten am Glas. Mhm. Kippt man das Glas leicht und der Schaumblatt daran hängt, ist das ein eindeutiges Zeichen für hohe Bierqualität. Und ganz nebenbei bemerkt auch dafür, dass das Glas sauber ist. Wenn der Schaum am Glas hängt, dann ist das ein Zeichen für gute Bierqualität. Naja. Das scheint eine gute Qualität zu haben, weil ein bisschen Schaum ist ja dran. Ja. Und das Glas ist sauber. Na klar sind die Gläser hier sauber. Steht hier. Steht hier. Hier. Frauen und hier. Und jetzt haltet ihr euch fest. Das will ich gar nicht sagen. Ich glaub auch nicht. Wie so eine Quille. Also. Ihr kann's nicht glauben. So. Ein Schock für die Männerwelt. Die ersten professionellen Brauer waren Frauen. Fake News. Männern war es im alten Ägypten sogar verboten, Bier zu brauen oder zu verkaufen. Hä? Das ist Fake News. Eindeutig. Schreibt mal in die Kommentare. Glaubt ihr das jetzt so ist? Oder wer weiß, schreibt mal rein, ob es so ist. Fake News. Okay. Ich hab ähm. Ich hab auch noch ein bisschen Fakten. Und ich hab aber auch. Ähm. Gelde Witze. Ich nehme mal bitte die Witze. Witze Brille. Prost. 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 habe, was ich denke. Das ist auch schon der Witz. Lass das Lachen hoch. Ja, da kannst du dir ja sagen, das sind schlechte Witz. Das ist ja auch den letzten, die bei ihr. Ich quetsche jetzt die Zitrone raus. Ja. Bei der Stadtrundfahrt erklärt er die Reiseleitung. Liebe Urlauer, in wenigen Minuten fahren wir an der ältesten Baureihe der Stadt vorbei. Aus dem hinteren Teil des Buses. Warum vorbei? Ja, jetzt frage ich mich auch. Warum vorbei? Halt doch mal an. Gut. Aber ich habe hier auch noch ein paar reelle Fakten. Ich kann mir eine Faktenbrille aufsetzen hier. Hast du schon meinen Uwe? Ach, jetzt davor. Klären wir mal auf, was ein Kellerbier ist. Was ist ein Kellerbier? Achso. Ganz einfach, oder? Hell bis Bärsteinfarbig. Schwache Schaumkohle. Alkohol 4 bis 5 Volt. Geschmack ausbalanciert und leicht fruchtig. Beim Kellerbier auch aber fälschlicherweise Zwickelbier genannt. Zwickelbier kommen wir später noch. Anlässlich um ein helles, meist untergäriges, untergärig gebrautes Bier. Ursprung und Gedeutung. Wie du schon gesagt hast, im kühlen Baukeller gelagert wurden immer. Und so gut wie alle Kellerbier wurden direkt vom Fass serviert. Ah, gleich aus dem Truf. Gleich raus. Und im Keller. Also die Fässer im Keller gelagert. Haben wir auch schon gelernt, wie man ein Bier lagert. Also passt wunderbar. Schön im Keller, dunkel und das ist gut munkeln. Oder sauf. Oder Bierlager. Mhm. Ich wollte noch kurz kippen. Vielleicht finde ich das noch schnell. Das Kellerbier wird ja auch ein Lagerbier sein. Dunkel, schwarz. Achso, ist nicht doof. Okay. Hält. Ich werde jetzt aber bestimmt zum... Tja, pillen. Ich weiß es nicht. Zum Radarbier. Muss man gerne mal gucken. Boah, da ist es oben, ey. Gut. Alles mit Uwe? Du hast schon wieder ausgetrunken, das ist ja wahnsinnig. Ja, also Uwe hat mich getrunken. Du hast nicht getrunken. Hast du ihn weggekippt? Ja. Aber jetzt keine Uwe. Bitte. Jetzt nicht wegkippen. Auch nicht. Das sind die Tiefen, bitte. Also könnte die Leute verstehen, hier wegkippen wollen. Aber jetzt kippen ich es halt nicht weg. Also wir hatten auf jeden Fall schon schlechtere Tage. Das kannst du eigentlich mal sagen. Wir haben einen ganz guten Lauf. Definitiv, ja. 18 von 30 Punkte. 18 von 30. Das ist ja Bonze. Ja. Höchstpunkte Bronze. Höchstpunkte Bronze. Oh, für wichtige Bekanntschaften. Gut, aber nicht gut genug. Na? Für eine Mischung zwischen schwarzem Tilsener und... Ja, wollte ich noch mal sagen. Ach, das ist so eine Mischung aus schwarzem Terabier. Ja, irgendwie sowas. Total. Ja, könnt ihr euch mal gönnen. Es schmeckt gar nicht wie Export. Ich verstehe gar nicht, warum wir in letzter Zeit so viel Exportbierer haben. Ja. Du hast ja doch besorgt. Das ist ja Wuscht. Oder Bier. Da trinken wir als nächstes halt. Da ist die Tür. Da ist die Tür ins Glück. Mhm. Was steht denn hier wo? Hey, bleib ruhig. Bleib ruhig. Ja. Das ist ja der Uwe noch. Der Uwe? Der Ruppe leer auf die Fresse. Ja, soll sie endlich verpassen. Jute Doppelbock von Gessner. Alles. Ja. 7,5 Volt ist noch erträglich. Damit fangen wir an. Uwe wird sein Bier wieder haben. Der ist lustig. Ja, Uwe wird aber auch nachkuchen. Ansonsten klickt er wie auf die Gusche. Ja. Unbedingt wieder entscheiden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hier auf dem Uwe sein Bier wieder. Gut. Hier hast du wieder. Ja, ist ja gut. Bye. Ich komm rum. So, wenn wir nicht abonnieren, dann wird er hier aber eh. kommen raus. Die Linke. Die Linke. Kaffe Media. Untertitelung des ZDF, 2020